Auf dem Messestand von OptiWelt, auf der Hannover Messe 223, habe ich jetzt den Vertriebsleiter Asien an meiner Seite, den Thomas Tegeltoff. Thomas, dein Eindruck bisher von der Messe? Mein Eindruck ist insgesamt nach wie vor gut, wenngleich man feststellen muss, dass die Anzahl Besucher verhalten ist. Viele Aussteller sind in diesem Jahr auch nicht nach Hannover gekommen. Was, glaube ich, insgesamt am meisten zählt, ist, wir sind wieder offline, man trifft sich wieder, man ist zusammengekommen, um auch die Geschäftsbeziehungen super tief. Ich glaube auch gerade in deinem Bereich sind diese Geschäftsbeziehungen oder auch diese enge Verwohnenheit zu dem Kunden ja schon wichtig. Ja, bei uns geht es noch sehr menschlich zu, darf man ruhig so sagen. Ich freue mich ganz besonders, dass viele unserer Kunden aus Asien trotz auch erhöhter Kosten der Anreise, anderer beschwerlicher Umstände bekommen sind und teilweise auch ihre nächste Generation mitbringen, damit wir auch über die 150 Jahre hinaus weiter eng mit dem Handel zusammenarbeiten.